Der gute alte NSFeshishi aka Bushido aka Inspector Gadget hat sich doch gerade gemeldet und ich muss sagen, hätte ich niemals erwartet, dass du nach 10 Jahren Quarantäne deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Das finde ich gut und lass dir eins gesagt sein mein Lieber, ob ich eine Rolex Uhr habe, ob ich keine Rolex Uhr habe, dennoch besitze ich mehr Eier als du und das weißt du auch und auch wenn du viel mehr Uhren als ich besitzt, viel mehr Geld hast als ich, das bringt dir alles am Ende nichts, wenn du damit in Berlin kein Meta machen kannst. Ja, deswegen alles cool, seid ihr dein Erfolg oder seid ihr dein Geld auch gegönnt, alles cool, du weißt, wir kennen uns ja nicht seit gestern und ja, Grüße an Frauchen, Grüße an die Kids, ne mein Lieber und vielleicht laufen wir uns ja mal in Berlin über den Weg, was ich eher bezweifle, da du ja nur Hausarrest hast.